Ich habe Fracht beschafft. Nicht von mir selbst gestohlen. Jetzt weiss ich was das ist. Eine Mission, die ich kann. Zum Glück werde ich mich nicht allzu sehr blamieren für einmal. Weil auf dem Dach einer Bank landen, das mache ich jeden Tag. Und nach Geld suchen auch. Ja, wo ist es denn? Da waren doch noch 10 Franken. Und hier ist einfach dasselbe in Euro, äh in GTA Dollar. Ich bin so verwirrt, irgendwie. Pacific Standard weiss ich wo es ist. Nicht zuletzt, weil es gut sichtbar auf der Karte markiert ist. Ich bin so. Ihr Cockpatzen, da bin ich. Ich bin so. Hey, motherfucker! Dick! Look out! Take cover! Hit, red moron! Mendoza's hit! Mendoza's been fucking hit! I'm a fucking Marine! Get behind that plane! Fuck God, we got a man down! Da schießt jemand auf mich? Nö, 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 hier, was ist los? Ah, da ist ja noch einer! Ich bin kein piece of shit, was fällt euch ein? Da ist es ja! So... So... Kann ich den töten überhaupt hier unten? Oh, ja! Oh, ja! Die anderen noch los werden, dass ich da besser hinfliegen kann? Oh, da ist er ja! Oh, da ist er ja! Schwierig! Hm, schwierig! Also nehme ich es lieber jetzt! Mit dem Nachteil, dass ich jetzt gleich beschossen werde! Mach mir meinen Heli nicht kaputt, ihr Kacknasen! Mach mir meinen Heli nicht kaputt, ihr Kacknasen! Oh, ja! Hm, ich scheine es geschafft zu haben! Ich bin denen entkommen! So, jetzt geht's hier runter! So, jetzt geht's hier runter! Und nach Hause in den Hongkong!